Amazon Advertising ist für viele E-Commerce Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Bevor du in die Welt des Amazon Advertising eintauchst, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, die den Erfolg deiner Kampagnen maßgeblich beeinflussen können. In diesem Video werden wir uns genau damit beschäftigen. Los geht's! Erstens, verstehe dein Produkt und deine Zielgruppe. Bevor du auch nur einen Cent in Amazon Advertising investierst, ist es entscheidend, dass du dein Produkt und deine Zielgruppe gründlich verstehst. Was macht dein Produkt einzigartig? Wer sind deine potenziellen Kunden und was sind ihre Bedürfnisse? Eine solide Kenntnis deines Angebots und deiner Zielgruppe wird die Grundlage für erfolgreiche Werbekampagnen sein. Zweitens, setze klare Ziele. Definiere klare Ziele, die du mit deinen Amazon Werbekampagnen erreichen möchtest. Möchtest du einfach nur mehr Conversions generieren, deine Markenbekanntheit steigern oder vielleicht die Sichtbarkeit für bestimmte Keywords erhöhen? Indem du klare Ziele setzt, kannst du den Erfolg deiner Werbekampagnen besser messen und optimieren. Natürlich sollte man dann die entsprechend passende Gebotsstrategie nutzen. Drittens, Budgetierung und Ressourcenplanung. Bevor du deine Amazon Werbekampagnen startest, musst du sicherstellen, dass du über ausreichende Budgets und Ressourcen verfügst. Überlege genau, wie viel du pro Tag oder pro Monat für Werbung ausgeben möchtest und plane entsprechend. Berücksichtige auch die Zeit und das Personal, das für die Verwaltung und Optimierung deiner Kampagnen benötigt wird. Unsere Empfehlungen sind am Minimum von 1.000 Euro Monatsbudget, damit der Algorithmus auch genug Daten sammeln kann, um deine Kampagnen zielgerichtet auszusteuern. Viertens, verwende relevante Keywords und optimiere dein Listing. Eine der wichtigsten Strategien für erfolgreiches Amazon Advertising ist die Verwendung relevanter Keywords. Führe gründliche Keyword-Recherchen durch, um die Begriffe zu identifizieren, nach denen deine Zielgruppe sucht. Integriere diese strategisch in deine Werbekampagnen und Produktlistings. Eine optimierte Produktseite, Produktbeschreibung und hochwertige Bilder tragen ebenfalls dazu bei, deine Conversion Rate zu steigern. Stelle sicher, dass deine Produktbeschreibung klar, prägnant und ansprechend ist. Verwende hochwertige Bilder und optimiere den Titel und die Bullet-Points mit relevanten Keywords. Darüber hinaus solltest du Amazon SEO-Techniken anwenden, um die Sichtbarkeit deiner Produkte in den Suchergebnissen zu verbessern. Fünftens, kontinuierliche Überwachung und Optimierung. Amazon Advertising ist kein einmaliges Ereignis, sondern erfordert kontinuierliche Überwachung und Optimierung. Analysiere regelmäßig die Leistung deiner Kampagnen, teste verschiedene Ansätze und optimiere deine Strategien entsprechend. Die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen im Markt und im Verhalten der Kunden zu reagieren, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Bevor du mit Amazon Advertising startest, vergewissere dich, dass du diese wichtigen Punkte berücksichtigt hast. Verstehe dein Produkt und deine Zielgruppe, setze klare Ziele, plane dein Budget und deine Ressourcen sorgfältig, verwende relevante Keywords, optimiere deine Amazon Produktseite und nutze Amazon SEO-Techniken. Bei der Umsetzung all dieser Schritte kann unsere Agentur Blue Fusion dich unterstützen und sicherstellen, dass deine Amazon Werbekampagnen erfolgreich sind. Mit einer soliden Vorbereitung und Strategie kannst du das volle Potenzial von Amazon Advertising ausschöpfen und deine Umsätze steigern. Viel Erfolg!